Es freut mich, dass wir unser Studium über die Familie fortsetzen können und wir haben heute das Thema Zeiten des Verlustes. Bevor wir uns genau über den Verlust unterhalten, wollen wir nochmal sehen, wie der ursprüngliche Plan Gottes war mit der Familie. Er sollte so ablaufen, dass durch die Motivation der Liebe nie ein Verlust oder irgendein Schaden oder ein Ende stattfinden sollte. Aber dadurch, dass Adam und Eva sich trennten von Gott, wurde der Zweck der Ehe verändert. Jetzt geht es um meine Bedürfnisse. Es ist alles nur um mich. Damit ist die Motivation natürlich eine falsche. Die Quelle ist eine falsche. Die Ehe beginnt zwar, aber sie endet sehr häufig frühzeitig durch Gewalt, Ehebruch und manchmal auch durch den Tod. Alles hat sich verändert durch eine einzige Umänderung der Identität. Die Bedürfnisse werden Zweck. Aus Miteinander wurde voneinander. Nun, um den Verlust zu verstehen, um zu verstehen, warum Verlust Schwierigkeiten macht, müssen wir verstehen, wie der Mensch funktioniert. Und wir haben gesehen, dass der Mensch besteht aus einem Körper und einem Geist. Und der Geist trifft die Entscheidungen und durch die Entscheidungen gibt er dem Hirn den Strom oder macht ihm den elektrischen Impuls, sodass wir funktionieren können. Jetzt müssen wir wissen, wo ist diese Verbindung zwischen dem Geist und dem Körper? Was ist das, was den Strom macht? Was ist das, wie das Unterbewusstsein funktioniert? So wollen wir schauen. Wir haben ein Unterbewusstsein und ein Bewusstsein und wir haben im Bewusstsein unseren Willen. Alle Entscheidungen, die wir treffen, müssen im Bewusstsein beginnen. Das heißt, wir werden Gewahr gewisser Sachen. Wir müssen Dinge hören, riechen, schmecken, ohne dass wir eine Wahl haben, es nicht zu tun. Aber dann kommt die Wahl, nämlich der Verarbeitung dessen, was wir hören, riechen, sehen, schmecken und so weiter. So, wir müssen also bewusst sein von dem, was auf uns zukommt. Und das ist der Hunger, der Durst, das Frieren, das Schwitzen. Es sind die geistigen Bedürfnisse, die uns bewusst werden, die Harmonie, die Gerechtigkeit, die Freiheit, die Treue, die Wahrheit, die Sicherheit. Alles Bedürfnisse, die uns bewusst werden müssen, bevor wir sie unbewusst bearbeiten. So, das heißt, wir brauchen Bewusstsein, um Dinge zu bewerten, auszurechnen. Wie tun wir es? Wir tun das im Unterbewusstsein, wo wir die Stelle haben, der Verbindung zwischen Körper und Geist. Das, was grün ist, ist Körper und darüber ist der Geist, das bin ich, der trifft die Entscheidung und die hat er nur zwei Kriterien, um eine Entscheidung zu treffen, nämlich Verlust und Gewinn. Und er hat zwei Entscheidungen, ein Ja und ein Nein. So, dies ist das Modell unseres Unterbewusstseins von der Funktion her. Das heißt, alles, was der Mensch erlebt, ob er hört, riecht, schmeckt, sieht, alles, was über seine Sinne kommt, muss er in Gewinn oder Verlust oder die Nulllinie einordnen. Es geht nichts mehr wie das. Und so hat ihn Gott geschaffen, dass er für den Gewinn ein Ja hat und den Verlust vermeiden muss. Dafür hat er ihm ein Nein gegeben. Alle unsere Informationen treffen sich an diesem Punkt. Deshalb ist es selbstverständlich, dass alle Probleme des Menschen aus dem Verlust kommen. Aber nicht aus dem Verlust an sich, sondern aus der Unfähigkeit, den persönlichen Verlust zu vermeiden. Es war 2007, gegen Ende des Jahres, als mir klar wurde in meiner Praxis, dass alle Geschichten, die mir die Patienten erzählten, eine Wurzel hatten, nämlich Verlust. Das war eine große Entdeckung für mich, eine große Offenbarung zu sehen, dass alle Probleme und kein einziges ist ausgenommen in dem Verlustwurzel. Ganz egal, worum es geht, egal um welchen Verlust es geht, jedes Problem ist gleich Verlust ist gleich Verlust. Und jedes Problem ist gleich Nichtvermeidung des persönlichen Verlustes. So als Gott Adam und Eva geschaffen hatte. Und das ist auch, denke ich, die Entscheidungsart aller Geister. Vermute es, dass wir so entscheiden. Also, damit sich ein Geist steuert, braucht er ein Ja und ein Nein. Er braucht Kriterien, nach denen er sich richtet, damit er sich steuert. So, ich habe ein Ja für den Gewinn. Was ist Gewinn? Gewinn sind die Bedürfnisse. Es ist der Friede, die Harmonie, die Gerechtigkeit und so weiter. Und das sind unsere Bedürfnisse und wir müssen sie stillen. Dafür haben wir ein Ja. Und das Nicht-Stillen der Bedürfnisse haben wir ein Nein. Das heißt, wir sollen sie stillen. Wir müssen unsere Bedürfnisse stillen. Dass ich das Bedürfnis nach Gerechtigkeit habe, ist keine Wahl, ist festgelegt, so wie das Bedürfnis nach Hunger und Durst, nach Wärme. Das sind alles Dinge, wo wir keine Wahl haben. Sie sind da, wir müssen sie stillen. Dafür, wenn wir durstig sind, trinken wir. Aber um zu trinken, muss ich trinken für einen Gewinn halten. Aber ich brauche auch ein Nein zum Trinken, nämlich, dass ich aufhöre zu trinken. Wenn ich nur ein Ja habe und beginne zu trinken, dann höre ich nicht mehr auf. So, wir brauchen für alle Entscheidungen sowohl ein Ja, als auch sowohl ein Nein. Ich muss wissen, gucke ich hier hin oder hier hin. Dann, wenn ich hier hin schaue, muss ich hier Nein sagen und hier Ja. Und wenn ich es umgekehrt tue, umgekehrt. So, wir brauchen ständig das Ja und das Nein. Und Gott hat uns gemacht, dass wir in eine einzige Richtung gehen, dass wir nie Verlust haben. So, wir hören auf zu trinken, bevor Trinken ein Verlust wird. Wir hören auf zu essen, bevor Essen ein Verlust wird. So, wir müssen verstehen, es ist immer eine Entscheidung zwischen Genug und Verlust. Das läuft unbewusst ab, das geben wir uns nicht Rechenschaft. Aber es ist wichtig, dass wir es verstehen, sonst können wir mit dem Verlust, den wir so erleben, alltäglich nicht umgehen. So, das ist nicht veränderbar. Jesus hat das ganz klar und deutlich gemacht. Er hat uns geschaffen und in der Bergpredigt hat er das auch erklärt. Er hat in Matthäus 6, Vers 19 sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten unter Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. So, das Herz braucht einen Schatz. Dafür muss ich Ja sagen. Das heißt, ich renne nach einem Schatz. Ich muss gewinnen den Schatz. Es gibt nur ein Kriterium, weshalb Jesus sagt, sammelt euch einen ewigen Schatz. Weil jeder Schatz, der einem verloren geht, ist unser Verhängnis. So, wir brauchen Schätze, aber man darf sie uns nicht stehlen können. Kann man uns den Schatz stehlen? Ist es ein falscher Schatz? Und damit zerstören wir uns. Der weiße Salomon hat deutlich gemacht, dort, wo der Schatz ist oder dort, wo das Herz ist. Dort ist das Leben. Er sagt in Kapitel 4, in Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Und die Behütung des Herzens ist, einen Schatz zu haben, den man nie verlieren kann. Das heißt, Dinge zu haben, Dinge zu erreichen, die unvergänglich, die einem niemand nehmen kann. Das Salomon sagt auch sehr schön, dass in Vers 20 bis 22 im Kapitel 4 der Sprüche, mein Sohn, merk auf meine Worte und neige dein Ohr zu meiner Rede. Lasse nicht von deinen Augen fahren, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben, denen sie finden und gesund ihrem ganzen Leib. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. So, alle Probleme des Menschen, alles, was im Menschen abläuft, ist das Herz. Und ich muss wissen, wie es funktioniert. So, wenn ich also in ein Problem komme, muss ich wissen, wieso komme ich ein Problem. Wieso tut der Verlust weh? Oder wieso macht er krank? Wieso kommen alle Probleme, alles Elend, alles Leid, was wir haben hier auf dieser Erde, ist nichts anderes als ein Gedanke des Verlustes. So, bevor wir also Dinge einordnen in Gewinn oder Verlust, damit wir ja oder nein sagen, müssen wir eine Sicht haben. Das heißt, wir brauchen einen Maßstab und es gibt zwei Arten von Augen. Jesus hat das so gesagt im Kapitel 6 in Matthäus ab Vers 22. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk? So wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhangen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, das ist die Beschreibung des Herzens. Jesus hat es in Matthäus in der Bergpredigt genauestens hingesetzt. Matthäus 6 von Vers 19 bis Vers 24 ist die Beschreibung des ganzen menschlichen Herzens. So, wir haben also die Notwendigkeit eines Schatzes. Aber jetzt haben wir auch ein Auge, das uns dahin richtet. Und ist das Auge richtig, ist alles Licht. Ist das Auge falsch, ist alles Finsternis. Und wenn jetzt das, was Licht ist in uns, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Und dies ist auch die Sache, weshalb, wenn wir diese zwei Augen nicht kennen, dann können wir auch nicht erklären, warum die Dinge unseres Lebens so laufen, wie wir sie laufen. So, die Augen haben eine, ein Ende sozusagen. Ich habe die Dinge vom Ende her nach vorne sozusagen entdeckt. Und es gibt zwei Möglichkeiten zum Gewinn zu kommen. Entweder durch Bekommen oder durch Geben. Wenn Bekommen Gewinn ist, dann ist nicht Bekommen Verlust, dann ist nicht Bekommen Verlust, dann ist zu wenig Bekommen Verlust oder wenn man etwas weggenommen bekommt, Verlust. Ganz egal, was das ist. Das Kind, der Ehepartner, die Untreue, der Missbrauch, was auch immer es ist, was einem weggenommen wird, ist dann Verlust. Ist aber Geben Gewinn, dann ist nicht Geben oder Bekommen Verlust. So, es gibt diese zwei Augen. Und schon jetzt sehen wir, dass das wahre Auge, das gesunde Auge, wenn wir es haben zur Berechnung des Gewinns und Verlustes, uns dahin führt, dass unser Ja und unser Nein immer behalten bleibt. Das heißt, wenn ich gebe oder nicht gebe oder behalte, dann sind das meine Tätigkeiten. Dafür kann ich immer Ja und Nein sagen. Ist aber das andere Auge, ist Gewinn bekommen und dadurch Verlust nicht bekommen, etwas weggenommen bekommen, damit sind wir unfähig, Nein zu sagen zum Verlust und dadurch müssen wir uns dann zerstören. Und die körperliche Krankheit ist die Folge. So, bei dem Schalksauge verliere ich sowohl Ja und auch Nein. Aber das Ja macht mich nicht krank, weil solange ich bekomme, ist alles okay. Aber wenn ich nicht bekomme oder wenn man mir was wegnimmt, was man mir wegnimmt, dann habe ich ja keine Fähigkeit auf anderen zuzugreifen, dem anderen zu stoppen, mir das anzutun und somit bin ich schachmatt und zerstöre mich, weil ich das Nein verliere. Und das Nein zu verlieren bedeutet, ich kann zum Verlust des Schatzes nicht Nein sagen, damit muss ich in eine große Not kommen. Nun, was ich beobachtet habe mit den Patienten ist, dass es nicht der Verlust an sich ist, zu dem ich nicht Nein sagen kann, sondern dass ich ihn für persönlich achte. Ich muss für einen Verlust, der nicht persönlich ist kein Nein sagen. Wenn dem Nachbarn was passiert, dann ist das schrecklich, dann erkenne ich, dass das ein Verlust ist für ihn, aber ich muss es nicht verhindern unbedingt. Weil ich kann ja nichts dafür, kann nichts tun. Aber ist es mein Verlust, dann muss ich ihn verhindern, dann komme ich in eine Not. So, was führt, was ist die Basis des Auges? Das Auge ist die Identität. Wer bin ich? Und ist die Identität falsch? Das heißt, bin ich ein Gott? So habe ich Egoismus und Stolz als Motivation. Dann denke ich, ich habe Eigentum. Dann denke ich, ich kann die Liebe herstellen. Und dann gebe ich natürlich von mir mit dem Zweck zu bekommen. Und wenn ich dann nicht bekomme oder mir das, was ich denke, mein ist, weggenommen wird, dann komme ich in eine große Not. Ich sprach neulich mit einer Patientin, die sexuell missbraucht wurde, im Alter von 17. Sie war und ist jetzt 25. Sie hat Depressionen. Sie kommt über diesen Missbrauch nicht hinweg. Sie sagt, manchmal kann ich ganz gut darüber nachdenken und manchmal nicht. Was hemmt sie, was macht sie, dass sie jetzt nach dem Missbrauch, der körperlich geschehen ist, jetzt einen Zustand hat, der nicht durch das körperliche Ereignis kam, sondern nur durch die Berechnung dieses Ereignisses. Sie muss es berechnen. Sie hat keine Wahl. Wir müssen alles, was wir begegnen, berechnen mit Gewinn und Verlust. Und wir brauchen dafür eine Klarheit. Warum kommt sie nicht darüber hinweg? Was hält sie fest? Sie erachtet den Verlust für persönlich. Und solange sie den für persönlich erachtet, hat sie Depressionen, Selbstmordgedanken, weil sie weiß nicht, was in ihr vorgeht. Deshalb müssen wir den Menschen es erklären können. Wenn er ein Geschöpf Gottes wäre, dann wüsste er, er hätte kein Eigentum und kann nichts herstellen. Dann wäre immer alles nehmen, um zu geben. Dann könnte sie aus dieser Not herauskommen. Aber dafür muss sie die Wahrheit über sich selbst erkennen. So, die große Not des Menschen ist, dass er geboren ist mit der falschen Identität, mit dem Schalksauge. Und dieses Schalksauge betrügt uns, wenn wir in negative Dinge kommen, um uns selbst zu zerstören. Es betrügt uns auch mit den positiven, aber die führen nicht zur körperlichen Krankheit oder zur Selbstzerstörung. So, schauen wir uns noch einmal die wahre und die falsche Funktion des Herzens an. Wenn ich ein Geschöpf bin, dann habe ich geistige Bedürfnisse. Diese muss ich über mein Herz oder Unterbewusstsein befriedigen. Dafür habe ich Vertrauen, Nehmen des Bedürfnisses. Es gibt nur eine Quelle, wo ich die Liebe hernehmen kann. Hier bin ich abhängig. Hier existiert die Abhängigkeit. Vertrauen bedeutet immer Abhängigkeit. Jedem, dem man vertraut, von dem ist man abhängig. Jeden, dem man fürchtet, von dem ist man abhängig. So, ganz egal, ob ich vertraue, um etwas Gutes zu bekommen oder ob ich vertraue, jemand könnte mir einen Schaden zufügen. Es ist dieselbe Abhängigkeit. In beiden Fällen betrüge ich mich selbst. In beiden Fällen. Ich komme in eine Abhängigkeit. Ich vertraue, um zu nehmen und ich vertraue, zu denken, um etwas zu verhindern. So, Gott hat uns so gemacht. Wir müssen vertrauen. Wir müssen abhängig sein und sind wir von Leben abhängig. Dann nehmen wir die Liebe. Das Gesetz des Lebens sagt aber nicht, sie ist für dich gedacht, sondern du musst die Liebe weitergeben an dein Umfeld und da bist du mit einen Entscheidungen beim Geben. Da ist der Gewinn und da bist du unabhängig. So hat uns Gott gemacht. Ganz einfach. An der Stelle des Vertrauens bin ich abhängig. Dort, wo ich gebe, bin ich unabhängig. Das falsche Herz sagt, ich bin Gott. Und damit gebe ich natürlich, weil ich habe ja etwas zu geben. Wir haben ja gesehen, nur Gott kann geben. Und das ist dann das Gesetz des Todes. Ich muss ja weitergeben, aber jetzt gebe ich, um zu bekommen. Der Gewinn liegt im Bekommen. Das ist die Umänderung der Funktion des menschlichen Herzens. Und ich mache es noch einmal klar und deutlich. Der Selbstbetrug, ich bin Gott, führt, geben, um zu bekommen. Und denkt, im Bekommen ist der Gewinn. Und wenn man dann nicht bekommt und das Falsche bekommt oder jemand etwas antut, dann sind wir natürlich im Verlust und das führt zur Not. Nun, es ist unmöglich, dass der Mensch etwas von sich gibt. Weder sein Körper ist sein, noch sein Leben ist sein. Nichts, was der Mensch gibt, kommt von ihm. Es ist unmöglich. Er muss alles nehmen durch Vertrauen, um zu geben. Und im Geweben ist der Gewinn oder die Entscheidung. Der Mensch sieht nicht, dass Vater, Mutter, Ehepartner, Kind, Freund, Haustier seine Quellen sind, woher er sich ernährt. Er denkt, er ist von denen unabhängig. Er denkt, er hat ihnen etwas gegeben und die sind ihm etwas jetzt schuldig. Dem Menschen ist das nicht bekannt, dass er in einer völligen Sklaverei lebt. Erst durch den Verlust wird ihm das bekannt. Deshalb ist der Verlust gut. Deshalb sind die negativen Ereignisse unseres Lebens eine große Hilfe für uns. Weil sie offenbaren uns das, was wir sonst nie sehen könnten. Wenn uns jemand enttäuscht, wenn uns jemand betrügt, wenn uns jemand missbraucht, wenn uns jemand irgendetwas antut, müssen wir es berechnen. Und dann sehen wir, ob wir in der Wahrheit sind oder in der Lüge. Und da wir ja unbewusst denken, wir sind in der Wahrheit, aber in der Realität sind wir in der Lüge, offenbaren diese Ereignisse unseren wirklichen Selbstbetrug. Und ich bin überzeugt, dass Gott diese Ereignisse nie zulassen würde, würde er sie nicht nutzen können, um uns den tiefen Betrug unseres Herzens zu offenbaren. So, lasst uns noch einmal die Grundsätze sehen der Identität. Wenn ich ein Gott bin oder ein Geschöpf. Als Gott bin ich geistig unabhängig. Ich denke, alle meine Beziehungen sind von mir aus gesteuert. Wenn ich ein Geschöpf bin, dann weiß ich, ich bin geistig von Gott alleine abhängig. Menschliche Beziehungen sind auf der Seite des Gebens, auf der Seite der Unabhängigkeit. Bin ich ein Gott, dann gehört mir alles. Dann ist mein Leben mein, dann ist mein Körper mein, dann ist alles, was ich habe, mein. Intelligenz und alles, was ich so tue, ist mein. Aber wenn ich ein Geschöpf bin, dann gehört mir nichts. Bin ich ein Gott, dann tue ich alles aus mir heraus, weil Gott tut alles aus sich heraus. Bin ich ein Geschöpf, dann kann ich nichts aus mir heraus tun. Ich muss zuerst nehmen, um zu geben. So, Gott gibt nur und er kann und er erwartet, dass etwas zurückkommt, dass eine Frucht entsteht. Nicht für ihn, weil er braucht ja nicht. Aber damit der Kreislauf sich schließt, muss etwas kommen aus der Liebe, muss Frucht erwachsen. So, er gibt und es kommt was zurück. Aber ein Mensch nimmt zuerst, damit er gibt, damit es dann zu Gott zurückgehen kann. Wenn ich ein Gott, dann dreht sich alles um mich. Dann bin ich der Kraftpol und alles muss sich um mich herum drehen. Bin ich ein Geschöpf, dann dreht sich nichts um mich. Dann drehe ich mich um den Schöpfer. Jetzt schauen wir uns das an. Wir haben den Verlust des Ehepartners. Ob das durch Scheidung, durch Betrug, durch Tod entsteht. Es bringt Millionen von Menschen in eine sehr, sehr große Not, die mit Krankheit und Tod endet. Zerbrochenes Herz, der Verlust von Freunden. Wenn Freunde uns enttäuschen, wenn sie uns verlassen, wenn sie uns betrügen oder wenn wir unsere Eltern verlieren oder unsere Kinder verlieren. Das muss nicht immer durch Tod sein. Das kann dadurch, dass sie keinen Kontakt mehr zu uns haben oder dass sie uns verabscheuen oder dass sie mit uns nichts zu tun haben wollen. Das alles ist Verlust. Das alles sind Beziehungen, die dann zum Tragen kommen, sind unsere nächsten Beziehungen. Der Verlust durch sexuelle Gewalt. Die nimmt heute immer mehr zu. Immer mehr Menschen leiden unter dieser Situation. Aber das Schlimmere daran ist, dass man nicht weiß, wenn es passiert ist, wofür man ja nichts konnte, dass wir eine Erlösung dazu haben und nicht, wenn das Ereignis vor zehn Jahren stattfand oder vor einem Tag oder sagen wir mal an, es ist jetzt gestern erst passiert, dann habe ich eine Not und ich muss es erledigen. Aber es kann doch nicht sein, dass nach Jahren die Not nicht gelöst ist. Und die Depression und die Krankheit und die ganzen Krankheiten folgen aufgrund eines Ereignisses, wofür man nichts kann. Wobei nicht das Ereignis das Problem ist, sondern nur meine Bewertung daraus. Verlust aller Art. Egal welcher Verlust es ist, er offenbart meine Identität. Deshalb lasst uns den Verlust als eine Offenbarung sehen. Unter den Umständen, in denen wir geboren sind, wo wir denken, wir sind Gott, können wir ohne Verlust nicht erkennen, dass wir falsch liegen. Deshalb muss es Gott zulassen. Er muss diese Umstände in unser Leben bringen, ohne die wir nie sehen könnten, wer wir sind. So wenn immer wir Verlust haben, kommt hervor und stellt sich die Frage, wer hat den Verlust? Wenn ich natürlich Gott bin, dann habe ich den Verlust. Wenn ich Gott bin und bin sexuell missbraucht worden, dann ist dieser Verlust persönlich. Und dann bin ich das Opfer. Und da mich aber Gott so geschaffen hat, dass ich nicht Ja sagen kann zum Verlust, ich muss ihn vermeiden, jetzt konnte ich ihn nicht vermeiden, bin ich für alle Zeiten im Gefängnis meiner eigenen Gedanken. Im Gefängnis meines eigenen Geistes, der glaubt, das, was ihm zugefügt wurde, wurde ihm zugefügt. Er nimmt persönlich den Angriff. Und das geschieht in Millisekunden. Ich war vor kurzem und habe Vorträge gehalten und es ist nicht das erste Mal, das mir passiert, aber diesmal hat es mich wieder, wie soll ich sagen, in Gefangenschaft genommen. Das sagt mir ein Arzt, bevor er noch das Ganze hört, was ich erkläre, sagt, deine Botschaft ist gefährlich. Das könnte Menschenleben kosten. Er vermutete, dass ich gegen die Therapie spreche. Dabei spreche ich nie gegen Therapie. Jeder Mensch kann therapieren, was er will. Ist nicht mein Bereich. Jeder darf mit Therapie machen, was er will. Nur Therapie heilt nicht. Therapie ist keine Lösung. Therapie ändert nicht den Geist und das Denken. Es ändert nicht die Identität. Würde die Therapie die Identität ändern, dann wäre das wunderbar. Aber für das Ende der Identität haben wir nur das Kreuz. Haben wir nur die Veränderung, die Neugeburt. Ich muss wissen, wer ich bin. Dafür muss ich von oben geboren werden, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes und ich bin nicht ein Gott. Aber als er mir diese Worte sagte, sie waren so entschlossen und aggressiv gesagt. Ich hatte den Eindruck, wenn er eine Waffe hätte, hätte er mich erschossen. Und da hat mich mein Auge betrogen. Ich habe mich verloren. Ich habe mich aufgeregt. Und ja, ich kann ja nichts dafür. Mein blindes Auge nimmt den Angriff persönlich. Aber im sofortigen Anschluss danach, sage ich, okay, diese Angriff war gut. Dieses Geschehen war mir zum Vorteil. Weil ich kann jetzt erkennen, dass ich da tief in mir Dinge noch habe, die jetzt hervorgekommen sind. Und jetzt kann ich sie lösen. Und so bin ich für das Ereignis dankbar. Auch wenn es mich aus meinem, wie soll ich sagen, meiner Kontrolle rausgebracht hat, obwohl ich meine Kontrolle verloren habe. Das Ereignis an sich ist mir hilfreich. Ich bin derselbe vor dem Ereignis und nach dem Ereignis. Nur nach dem Ereignis habe ich einen Vorteil. Ich kann sehen, dass in meinem Herzen noch etwas ist, was sich verändern muss. Was abgeschnitten werden muss. Damit, wenn es wieder geschieht, wenn ich wieder angegriffen werde, ich weiß, Gott hat den Verlust. Nicht mir gilt der Schaden. Nicht ich bin das Opfer des anderen. Dann bin ich ein Geschöpf. Reagiere ich als Geschöpf. Auf egal welchen Umständen wird mein Geist nicht gefangen genommen und mein Körper wird nicht durcheinander gebracht. Das war das Leben Jesu. Das hat uns Jesus demonstriert. Er hat uns gezeigt, dass er nie Opfer war, obwohl er alle Missbräuche hatte, alle Verluste hatte. Und noch viel mehr als wir. Und dennoch hat er keinen dieser Verluste persönlich genommen, weil er wusste, ich bin das Kind meines Vaters. Er hat alles, alles hat er seinem Vater anheim gelegt. Im ersten Petrus Kapitel 2. Es ist so schön zu lesen, wenn man liest, ab Vers 22. Oder ich lese ab Vers 21. 1. Petrus 2, Abvers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fuß tapfen. Wozu sind wir berufen? Ich lese noch das, was das davor ist. Ab Vers 18. Ihr Knechte seid untertan mit aller Furcht dem Herrn, nicht allein den Herrn, nicht allein den Gütigen und Gelindern, sondern auch den Wunderlichen, das heißt des Bösen. Denn das ist Gnade. So jemand um des Gewissenswillens zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. So ist also Gnade, Unrecht zu leiden, wenn es um Gottes Willen ist. Und es ist immer um Gottes Willen, wenn ich unschuldig bin. Das heißt, wenn man mich anklagt ohne Grund, wenn man mir etwas antut ohne Grund, dann ist das Leiden. Dann ist es Gnade. So jemand um des Gewissenswillens zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, so ihr um Missetatwillenstreiche leidet. Aber wenn ihr um Wohltatwillen leidet und erduldet, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Was? Wir sind berufen, um Wohltatwillen zu leiden. Wir sind berufen, dass dann, wenn wir das Gute tun, wenn uns Leid zugefügt wird, wir es ertragen können, weil wir haben ein Vorbild. Es steht nämlich hier, weil auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, dass er dort nachfolgen seinen Fußstapfen. Und jetzt erklärt er worin. Welcher keine Sünde getan hat, ist doch kein Betrug in seinem Mund erfunden. Das heißt, er wurde ohne Grundeswillen missbraucht, ans Kreuz genagelt, verfolgt, beschuldigt. Alles ohne einen einzigen Grund dazu. Das ist Gnade. Wer nicht widerschallt, da er gescholten ward und nicht drohte, da er litt. Er stellte es aber dem Heim, der da Recht richtet. Das ist völliges Vertrauen auf den Vater. Wenn wir etwas erleben und wir richten es als persönlich, dann können wir keinen Frieden finden. Dann muss die Krankheit folgen. Dann kommen wir nie raus. Welch unser Sünden selbst hinaufgetragen hat auf sein Leib, auf das Holz, auf das Wir, der Sünde abgestorben. Was ist die Sünde? Hier ist es die falsche Identität. Sie ist nicht Sünde an sich, aber die Lüge über uns selbst, die Lüge über uns selbst muss ans Kreuz. Ich bin Gott, muss weg, auf das Wir, der Sünde abgestorben, damit wir der falschen Identität abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Nämlich, ich bin Kind Gottes. Das ist die Wahrheit über uns, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. So, hier liegt das Geheimnis des Lebens. Für uns als Menschen, die mit Gott wandeln, wir brauchen eine neue Identität. Die Alte muss jeden Tag ans Kreuz genagelt werden. Wenn immer wir in die Not kommen und Verluste durch das, was andere tun, erfahren. Ganz egal, welches er ist. Großer Verlust in unseren Augen oder kleiner. Er wird mich, je nach Größe, zerstören. Deshalb brauche ich eine klare, neue Sicht der Dinge. Ich brauche ein klares Auge, das die Wahrheit über sich selbst erkennt. Ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin, kann passieren, was da will. Ich werde es dem an Heimrecht, der da recht richtet. Diese junge Frau, die missbraucht wurde, würde sie die Wahrheit erkennen, wäre sie in einer Sekunde frei. Und die Vergangenheit wäre für immer nicht mehr ihre. Sie könnte auf den Missbrauch zurückblicken. Sie muss sie nicht vergessen. Aber sie wäre nicht mehr missbraucht worden. Sie würde verstehen, es galt Gott. Sie würde verstehen, es war Gottes Körper, sein Eigentum, der missbraucht wurde, der berührt wurde. Und Gott hat gesagt, wer euch anrührt, rührt meinen Augapfel an. Und sie kann dann das Gericht dem an Heim geben, der da recht richtet. Sonst muss sie sich an die Richterstelle stellen. Deshalb kommt sie nicht aus der Not heraus, weil sie erwartet in ihrem Gerechtigkeitssinn, dass man ihr Gerechtigkeit tut. Aber sie hat kein Mittel, das zu beheben. Und somit geht sie zugrunde. Aber nimmt sie die Wahrheit an und kreuzigt diese falsche Identität, die sie betrügt, die denkt, es wurde mir zugefügt, dann kann sie aus diesem Ereignis die Wahrheit ihres eigenen Herzens erkennen. Und sie kann frei sein und ein ganz normales Leben im Dienste Gottes führen. Ja, sie kann zu einem großen Werkzeug werden. Anderen Menschen, die das Ähnliche erlebt haben, helfen, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Das ist die Wahrheit, die wir brauchen. Die Wahrheit über uns selbst. Wenn wir wissen, wer wir sind, dann können wir alles, was man uns antut. Ist es negativ, dann ist es nur ein Problem. Ist es positiv, nehmen wir es an. Aber auch das müssen wir wissen, wird uns um Gottes Willen getan, nicht um unseren Willen. Aber ist es negativ, zerstören wir uns. Und wissen wir, wir sind Geschöpfe, dann tun wir es alles dem am Heim geben, der das Recht richtet. Und unser Gerechtigkeitssinn ist befriedigt, unser Verlust ist null und wir sind freie Wesen. Durch die Gnade Gottes kann ein jeder Mensch aus allen seinen persönlichen Verlusten herauskommen und die frische Luft der Wahrheit und der Freiheit atmen. Amen.